Lieber Onkel Pius, jetzt feiern Sie daheim Geburtstag und um mich kümmert sich kein Mensch. Dass ich ein riesen Quantum Traurigkeit in mir verarbeiten kann, ohne zu schreien, das ahnt Ihr klugen Leute gar nicht. Wenn ich am lautesten lache, möchte ich oft am stillsten weinen. Ihr seid so schlau, dass mein Geist vor Ehrfurcht stillsteht. Er kann da einfach nicht mehr mit. So wie ich mich gezeichnet habe, rosa in Grau, kann ich nie werden. Meine Seele ist zu unruhig, seit ich da bin. Wenn die Ria still ist, hat sie was Verkehrtes, behauptete meine Erzieherin. Und still sein, wenn andere schreien, das könnte ich nie. Da muss ich helfen und wo es geht, schimpfen. Onkel Pius, das sehen Sie doch ein, dass eine Lerche im Käfig sich den Kopf einschlägt. Weil sie muss, sie kann nicht anders. Sie müssen mich wirklich sehr gern mögen, dass sie so still zusehen können, wenn ich mich zerquäle vor Sehnsucht nach Freiheit. Ich glaube, so oft tiefer geht die Schreierei nicht mehr. Aber ihr bringt alles fertig. Ich strecke nächstens die Waffen. Ihre Maria Lena 8 8 9 10